Leute, wenn ihr Lust habt, mich auf den Koblenzer Weihnachtsmarkt zu begleiten, dann bleibt dran und schaut euch diesen wunderbaren Vlog an. Ho, ho, ho! Hallo Leute, hallo YouTube! Wie jedes Jahr möchte ich euch natürlich ein kleines Video vom Koblenzer Weihnachtsmarkt kredenzen. Ich habe das Sigma drauf, 1.4, 16 mm. Und ich bin natürlich schon gespannt, wie sich das hier im Dunkeln im Koblenzer Weihnachtsmarkt schlägt. Und ich möchte euch einen kleinen Rundgang über die ganzen Weihnachtsmärkte in Koblenz heute zusammenschneiden mit ein bisschen schöner Musik und mit ein bisschen B-Roll. Und vielleicht melde ich mich zwischendurch mal, aber wahrscheinlich wird das einfach nur ein schönes, zusammengeschnittenes Weihnachtsmarkt-Video. Und am Ende, nicht vergessen, am Ende wird noch der Gewinner bekannt gegeben, von der Verlosung von dem Buch, das ich letzt vorgestellt habe, Bekon in Neuland. Also, bleibt bis zum Schluss dran. Und ich glaube, es lohnt sich. Ich fange hier am Görresmarkt, auf dem Sternenmarkt an und lasst euch mit mir in die weihnachtlichen Zauber entführen. Obwohl wir heute 15 Grad haben. Und dann, ne? Das war's. 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 Das war's.